Willkommen zu Frequent Traveller TV Themenvorschau heute Abend am 7.7. um 19 Uhr auf YouTube live für euch auf Frequent Traveller TV. Ein Thema ist die TGL. Da fragt ihr euch, wer ist TGL? Das ist eine Gewerkschaft für die Techniker bei der Lufthansa, die die Line Maintenance machen. Da droht Streik, weil Lufthansa mit ihnen nicht sprechen möchte. Die A321er LR Flotte der SAS machen ja nicht nur durch sich aufmerksam durch billige Preise für Tickets, sondern auch, dass sie leider nicht ausgelastet sind. Das macht natürlich die billigen Preise zum Beispiel ab Güte. möglich. Gehen wir auch heute drauf ein. Airbus hat viele Bestellungen letzten Monat gemacht auf der Paris Airshow. Es waren nicht nur die Inder. Es gibt auch einige anonyme Besteller. Dann haben wir einen Dealzone-Deal für euch mit der Lufthansa von Amsterdam nach Andi Copacabana, nach Rio de Janeiro in der Business Class. Preis schaue ich für euch nochmal nach, damit ich nichts Falsches sage. 1499 Euro aufwärts. Dann haben wir eine Passagierin in Mexiko, die meinte, sie müsste sich den Flug nicht erstatten lassen und das Geld sich nicht geben lassen, sondern man zerstört einfach den Gegenwert EDV. Das Video habe ich für euch auch parat. Dann haben wir noch ein Thema, was ich auch spannend finde, ist, es gab von Hotels.com eine Umfrage und da ist unter den Hotels gefragt worden, was so, soll ich bekloppt sagen, bekloppte Wünsche von Gästen waren. Die Top Ten gehe ich mit euch heute durch. Das sind einige Themen, die wir heute Abend für euch auf Frequent Trader TV haben. Ab 19 Uhr live wieder die Themen des Tages, die ihr nicht als Viehflieger verpassen solltet. Wenn ihr mehr über meinen Punkt und Status erfahren wollt, kommentieren und ihr wisst, wie das Spiel läuft. Also bis dann, freue mich auf euch heute Abend. Ciao. Bis zum nächsten Mal.